Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal heute wieder ein bisschen Beatbox Rogue Wave gegen Rofu Grand Beatbox Battle 2023 World League das Halbfinale im Take Team Bereich ja ich würde sagen lassen wir uns mal anfangen und das war noch ein bisschen zu laut warum war das so laut warte mal so vielleicht nur ganz klein ticken Leiser geht immer noch in den roten Bereich soll es nicht gehen es ist besser in die battle we go there are only four noch die war yon team first up最初 up from France Franceから get a get a do la 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 make some noise for Rogue Wave Ich weiß natürlich, wer jetzt weiter ist. Ja, wir gucken ja nachher noch das kleine Finale, also das Battle um Platz 3 und dementsprechend sind die beiden Teams, die dort drin sind, nicht die Gewinner aus den Battles, die wir jetzt gleich sehen werden. Und dementsprechend sind die anderen beiden die Gewinner. Gut. Ich sag euch jetzt aber noch nicht, wer gewinnt. Und überlege am Ende, wen ich denn hätte gewinnen lassen, wenn ich was zu sagen hätte. Ähm, bei den Dings Eliminations war ja Rogue Wave und Rofu meine Favoriten. Wobei ich Rofu aufgrund des Entertainment-Faktors etwas höher angesehen habe als Rogue Wave. Technisch allerdings so ziemlich auf einem Niveau. Also das wird jetzt ein richtig geiles Battle, hoffe ich. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Bei den Eliminations als Rofu. Holden, live and direct. Once again, Tokyo. Wir gehen und gehen in der Tag-Team-Battle. GBB 23, ich frage, die links, rechts, links, rechts, hinten, 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 alle, sind Sie bereit? Ja. Rogue Wave vs. Rofu. Sie wissen bereits was zu tun. Ich sage die Sonne, Sie sagen die Knee und die Isch. In Sonne. Wie huge beatbox. Wir lieben Freestyle! Wir lieben Freestyle! Wir lieben Freestyle! Musik Do you understand? Jo, schon mal eine feine erste Runde von Rofu und ich bin gespannt was Rogue Wave antworten wird, äh, geht direkt weiter, ne? Und jetzt kommt es um die Runde von Rufu und ich bin gespannt, wie ich die Runde von Rufu und ich bin gespannt, wie ich die Runde von Rufu und ich bin gespannt, wie ich es. Ich bin gespannt, wie ich meine Runde von Rufu und ich bin gespannt, wie ich sie in den nächsten Jahren aufstehen. everybody jump und eins geht für mich an und hellöchen held link mein alter was geht denn ab danke für dein raid ey böser 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 raid leader das ist ja Beatbox und so ne das ist ja Beatbox das geht jetzt hier ab so wir machen weiter wie gesagt und eins geht an Rogue Wave für mich mal gucken was Rogue Wave jetzt abgehen lässt das ist ja Beatbox Ohnrufe Oh, I'm sorry. Yeah. We are not from Japan. Are you ready? Yeah, Runde 2, auf jeden Fall schon deutlich besser. Aber, glaube ich, wir kriegt das mal besser hin. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Runde 1 fand ich aber besser von Rogue Wave als Runde 2, dennoch klarer Sieg, muss man nicht diskutieren, war einfach besser als Rogue Wave. Schon natürlich trotzdem noch Rogue Wave. Ja, Runde 1.0. 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 Ich hab jetzt leider nix blau ist hier. Es war eindeutig alle blau. Die Judges waren alle blau. Ich hab jetzt einen Roku-Ni-Maukira-Hakishima! Es war die Schlechtung von Welshi, aber... ...klarer Sinn für Rogue Wave. ...klarer Sinn von Welshi. ...klarer Sinn von Welshi. Wir sind aus Japan. Sie ist meine Großmutter. Sachiko. Sachiko! 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 Sachiko, ich bin! Ich bin, Sachiko! Link zum Original-Video in meiner Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye!